Willkommen zurück bei Saints Row 4 So, und wir gucken jetzt erstmal, was wir hier noch an Aufgaben haben Schlüssel herstellen Den Schlüssel fertigstellen Zu Sid laufen, okay, wo ist er denn? Ja Bin ich immer, bin immer nett zu dem Ja, Cluster, Cluster brauch ich aber momentan nicht Ich glaub Wir haben soweit alles ausgebaut Was die Kräfte angeht Ich glaub, den Rest müssten wir sonst hier über Herausforderungen freischalten Aber dafür hab ich jetzt auch nicht den Nerv Ich will ja hier irgendwie mal fertig werden mit dem Spiel So, erstmal hier Alter, komm her Hier geblieben, hier geblieben Alter So Und jetzt können wir zu unserem Sid gehen Plopp Weil sonst wären ja wieder alle pissig auf mich gewesen Was ist das denn? Was ist das denn? FAKE SHAUNDY Sooo SEL DETECTED? Dann sag wo! Da gehts Zinyak Spider Ships Engaging Ach da So, da nimmts auch ab Ups Und ab Besser? Oh ja, das sieht gut aus A few guards? Yeah, it should be easy What are you doing? What? You know you just jinxed us, right? I said it was easy, big deal Jesus, you said it again Really? It is Chekhov's gun Saying it is too easy now means something must go wrong later Or else there was no point to this conversation Well, shit Yeah Check it out, a UFO! The enemy ship approaching Man, I was just warming up So, Batterie rausnehmen Bitte, danke Yep One down, tell me when we're close to the power cell If you do something for me Christ Sid, are you really shaking me down? I require a date with this, Shaundi Good luck with that Okay What the fuck just happened? What? Could be fun Genau Gut, damit haben wir hier auch Sid irgendwie verkuppelt The second power cell is not far Though I am detecting fluctuations in the simulation Which means? The Zinn are altering the area in some way I am unsure how Like I said, we've been jinxed We are close now Wait, is that a shield generator? Told you Au Ah, damn it The shield surrounding the power cell must be disabled In case you could not figure that out yourself Okay, Shaundi, I'm gonna need first of all Oh no, you created the problem, you can solve it Whatever, there's a generator over there, that's not even turned on That suggests the Zinn are currently adding more security to the remaining cells I believe here we only interrupted the process Shaundi is right Just admit what you did Confidence ain't a crime So, what? Nochmal? Ah The shield is down Okay On him On him Alright, let's find that last one Say, Sid, will you take a Shaundi on your date? Way to change the subject and dodge responsibility for those shield generators Hell no, I want details on this train wreck I know a great little pizza place in town I love pizza Perhaps a movie afterwards as well What's playing? Pride and Prejudice Sounds a little serious Well, give it a whirl Okay, then We are near the final power cell Thank God Macht more Feeling guilty? You're really enjoying yourself, aren't you? Oh yeah The cell is not far Looks like Sid was right They've got another generator up and running You gonna pile on the bullshit here too? No? Really? We already knew that these would be here I don't see much of a point Well great So then Shaundi We... Still not helping shut those down Shit I am with Shaundi on this one Do it yourself And it's some bullshit Zinyaks fighterships engaging My town, my rules So, erstmal hier wieder kaputt machen, glaube ich Ich... Ah... Wo? Du stehst hier im Weg Hm... So, können wir jetzt hier mal... Deaktivieren Okay... Hmm... It's a gift Huh? Uh... 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 Auch tot, gut. So, was da hinten irgendwo? Wie, nicht erhalten? Was denn? Shondi ist gestorben? Wie das denn? Na ja. Mal gucken, ob die sich da jetzt hier auch wieder töten lassen oder ob wir hier... Dann machen wir alles hier kaputt. Mit unserer Imba-Waffe. Wie geht das Ding nicht kaputt? Ah ja. Nächster. Okay. 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 Ja. Okay. Ja. Und wie kriege ich denn das hier? Also... Ja. 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 Zinyak oder nicht? Krieg Revenz für die Erde oder krieg ein Tank. Deine Wahl. Revenz für die Erde. Dann stopf deine Scheiße! Oh. Komm schon. Alter, das Ding gefährt sich echt bescheiden. Drei Powercells, wie gesagt. Oh Gott. So. Und nun? Wollt grad sagen. So. Und nun? Großes Finale. Klingt gut. Äh. Machen wir aber. Dann wohl erst. Äh. Ja. Vielleicht in der nächsten Folge. Ich weiß ja immer noch nicht, ob das hier tatsächlich das große Finale dann ist. Ich schätze ja fast nicht, aber naja. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Mädchen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020